So baust du eine coole Achterbahn in Minecraft. Als erstes solltest du eine gute Stelle in deiner Welt finden, an der du genug Platz hast. Dann baust du den Start für die Achterbahn. Ich habe ihn unter die Erde gebaut, sodass die Achterbahn aus dem Boden kommt und am Ende wieder im Boden verschwindet. Damit die Achterbahn langsam den Berg hochfährt, habe ich einen Command genutzt, der durch diese Schienen ausgelöst wird. Den Command zeige ich gleich. Ich habe für meine Achterbahn dieses Holz benutzt, aber man kann natürlich auch andere Blöcke nehmen. An manchen Stellen fällt die Bahn sogar ein paar Blöcke und wird dann von den Schienen aufgefangen. Und das ist der Command, bei dem du hier die Richtung und Geschwindigkeit für das Minecraft einstellen kannst.